Spektakulärer Gefängnisausbruch in Russland. Dieses Internetvideo zeigt den Zellentrakt einer Polizeistation in Isberbasch in der Karkosusrepublik Dagestan. Ein junger Mann zwängt sich durch das Loch für die Essensausgabe in der Zellentür. Der Häftling war wegen Diebstahls eingesperrt worden. Gegen 4 Uhr nachts startet der Mann seinen Ausbruchsversuch und bemerkt vom Wachpersonal. Beim Durchschlüpfen verliert er seine Kleidung bis auf die Unterhose. Der erfolgreiche Ausbruch stößt bei den Zuschauern auf Belustigung und Bewunderung. Ob der Ausbrecher lange auf freiem Fuß bleibt, ist allerdings fraglich. Immerhin ist er den Behörden namentlich bekannt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.